Hallo und herzlich willkommen zum ultimativen JavaScript und jQuery-Kurs. Mein Name ist Dennis Panyuta und ich bin ein erfolgreicher deutscher Dozent und bringe bereits mehreren tausend Leuten wie dir das Programmieren bei. Dazu habe ich bereits über 19.000 Teilnehmer und über 1200 positive Bewertungen auf Udemy. Warum solltest du JavaScript und jQuery denn überhaupt lernen? Naja, weil es in der Webentwicklung keine echte Alternative zu JavaScript gibt. Das Unwort des Jahres 2010 alternativlos beschreibt dabei relativ präzise die Situation. Über 75% der erfolgreichsten Webseiten unseres Planeten verwenden jQuery, welches eben auf JavaScript basiert. Es gibt jedoch auch jede Menge positiver Gründe. So ermöglicht es JavaScript zum Beispiel mit Hilfe von Frameworks wie WebEx die Entwicklung von Cross-Plattform-Applications, also Apps, die man quasi auf dem Handy verwenden kann oder auf dem Tablet und die dann aber auch gleichermaßen auf dem PC funktionieren. Außerdem ermöglicht es die Spieleentwicklungsumgebung Unity, grandiose Spiele mit JavaScript zu entwickeln. Also du kannst damit wunderbare Spiele entwickeln mit der komplexesten Funktionalität, all das mit der Sprache JavaScript. Die Skript-Sprache, die jedoch klassischen Programmiersprachen in nichts nachhängt, ist sehr mächtig, übersichtlich und sehr einfach zu lernen. Du kannst also in kürzester Zeit JavaScript beherrschen lernen. Für wen ist der Kurs eigentlich das Richtige? Der Kurs ist ideal für komplette Anfänger, die noch nie programmiert haben. Denn er ist so aufgebaut, dass jeder, der mit einem PC umgehen kann, ihm folgen kann. Er ist auch super für Programmierer, die bereits andere Programmiersprachen beherrschen und nun einfach eine neue Sprache lernen möchten. Und selbst für Programmierer, die bereits ein bisschen JavaScript können und ihre Fähigkeiten aufbessern wollen, ist er genau das Richtige. Außerdem ist er noch das Richtige, wenn man sich auf eine Klausur in der Uni vorbereiten möchte. Wie ist der Kurs überhaupt aufgebaut? Er beinhaltet über 50 Lektionen, von denen die meisten Videos sind. Außerdem gibt es viele kleine und einige große Projekte, in welchen die gelernten Fähigkeiten so richtig auf die Probe gestellt werden. Du entwickelst hier eine FAQ-Seite, ein Quiz, ein Geschicklichkeitsspiel und eine Mobile Application mit objektorientierter Programmierung und zwar eine To-Do-Listen-App. Du kriegst all das nötige Werkzeug mitgegeben, um bereits nach wenigen Wochen deine ganz eigenen Programme und Webseiten in JavaScript zu schreiben. Außerdem kannst du selbstbewusst JavaScript als Fähigkeit in deinen Bewerbungsunterlagen hinzufügen. Weil ich vollkommen überzeugt davon bin, dass der Kurs eine super Qualität liefert, gebe ich eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nichts falsch machen. Was gibt es jetzt also noch zu tun? Am Kurs teilnehmen, Spaß haben und in wenigen Wochen zum JavaScript und jQuery Pro werden. Ich freue mich auf dich im Kurs. Bis gleich.